So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Batman A Cam Knight. 100% waren wir sind bei den Stealth Card, den ER Challenge Maps für Nightwing. Wir müssen wieder Biker per Fall in unter 1 Minute 15 stoppen. Bei ihm dürfte es kein Problem sein. Wir können immerhin Angst ausschalten machen. Bei Catwoman war das anstrengend und schwer. Es könnte auch schwierig bei ihm werden. Er hat zwar Angst ausschalten, aber naja, gut, wir gucken mal. Machen wir es so. Okay, vielleicht noch runtergehen können. Sofie, hey. Na, na, na. Na? Na. Na? Er benutzt die Gitter im Boden! Haltet sie aus! Er benutzt die Gitter im Boden! Haltet sie aus! Muss aber schnell. Er benutzt die Gitter im Boden! Haltet sie aus! Ich muss mich echt beeilen, weil die Zeit ist gleich abgelaufen hier. Du musst doch nur den einen platt machen. Okay, geht doch. Das war zwar scheiße, aber ich hab's immerhin geschafft. Ah! Hey! Profäe bekommen für die Guten. Ich bin jetzt in der Haltung für den Haltung! Ich bin jetzt noch nicht glücklich. Ich bin jetzt hier im Leben langsamerorischen